Zur Wochenmitte gönnt sich die Sonne eine kleine Verschnaufspause und schickt als Vertretung Wolkenwind und Regen. Das macht mich als Biene sehr traurig. Aber keine Bange, gegen Ende der Woche kommt sie gut erholt zurück und dann lebe ich auch als Biene wieder richtig auf. Am Mittwochmorgen präsentiert sich das Wetter trüb, regnerisch und windig bei Werten um 4 Grad. Im weiteren Tagesverlauf wird ein Maximalwert von 6 Grad erreicht. In den Abendstunden klart der Himmel auf. Am Nachthimmel zeigen sich dann wieder dichte Wolken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken bei einem Tageshöchstwert von 10 Grad. Nach leichter Bewölkung am Morgen kommt am Freitag die Sonne zum Vorschein. Auch der Start ins Wochenende wird sonnig und das Thermometer klettert bis in den zweistelligen Bereich.